Super, jetzt. Was? Wir müssen doch nur Aufnahme. Ich weiß, ich glaube nicht, dass du was ändern musst, wenn ich mich nicht täusche. Ne, ne. Also machen wir an? Ja. Ne, warte, nicht den Streamer machen, nur die Aufnahme, Karni. Ja, ja, ja. Nicht streamen, Karni, nicht streamen, Karni. Ja, Karni, Karni, bitte nicht streamen. Waren wir hier Caitlyn? Waren wir Yumi? Was waren wir? Ich sag, dass die Yumi waren werden. Ja, Caitlyn hat mir doch jetzt Angst, oder nicht? Das ist ne komische Caitlyn. Ja, Caitlyn hat Grace gesagt. Nein, wir sollen auf jeden Fall Grace sparen gegen Papu. Das ist doch sein Most Played. Oder zumindest so eine Folgestellung. Aber Maok, Maok ist halt auch noch da, ne? Nur so. Äh, Caitlyn würde ich gern bannen, noch. Und so, wie mit Kalista? Oder Draven? Na, die nehmen wir. Ja, der in Botland ist nicht so gut, ist fein. Ja, von Caitlyn... Oh, Caitlyn ist actually disgusting. Wir spielen nicht gegen Yumi. Was? Wir wollen gegen Yumi spielen. Ja, safe. Ja, ban Kaiser, ban Kaiser. Also, die Botland ist zwar eklig, aber ist ja nicht... Naja, ist voll gut, ist voll gut. Hau Kaiser weg, hau Kaiser weg. Wenn ihr das sagt, vertraue ich euch, sag ich immer. Okay, dann bin ich Yumi, ja? Du trollst, oder? Du trollst, oder? Ja, natürlich. Hast du die Bier? Ey, das heißt, wir können Yumi Siever spielen. Oh! Oh, cool. Aber das heißt ja auch, dass die Bot dann nicht so aggressiv sein werden. Also, gehen wir dann echt Sona? Oder was ist der Plan? Nee, nee, auch nicht. Wenn wir Stippusch gehen, gehen wir Sona? Sona ist doch übel dumm, oder nicht? Was bringt uns Sona? Also, wenn ihr gar nichts habt, können wir einfach Asir picken, ne? Find ich geil. Oder ist das die gebuffte Syndra hier auf dem Patch? Soraka zum Beispiel. Hä? Soraka ist terrible. Danke dir. Find ich super. Ich werd einfach weggepokt. Und bekomm... Nee, wir nehmen jetzt... Nee, also wenn die Alternative Soraka ist, gehen wir Sona. Aber... Ja, wenn ihr sonst... Wir müssen ja jetzt noch nichts anderes spielen, ja. Ja, aber das heißt ja, dass wir Teamfighten werden. Right? Okay. Wir picken Sona, um da nicht zu Teamfighten. Sona hat einen E-Spell, den magst Kani first, und dann rennen wir von Lenz und Lenz. Ich geh schon really hard, dann geht ab dem first. Okay. Holkin, das ist okay, wir haben dich. Hast du es schon jemals bereut, uns nicht vertraut zu haben? Nein, nein, nein. Oder uns vertraut zu haben? Whatever. Wird gut. Uns eine Pizza bestellt, die kommt 28 Minuten, ich kreuz mal. Okay. Okay. Ja. Wir haben noch ein Game. 28 Minuten. Okay, die haben Sivir Jube gepickt, haben wir jetzt verloren? Ja, ich dachte, ich geh jetzt eine schöne Runde Sivir, aber... Ja, aber warum haben wir die denn eigentlich statt der Sona gepickt? Ja, das... Also, jeder pickt doch mit Yumi Sivir, ne? Actually blinden hätte ich die sogar können, ja. Das ist ja auch egal. Ja, aber was gehen wir jetzt? Wir brauchen Wave Clear. Nein, ich hab nur ADCs. Haben wir? Ja, safe. Ich würde einfach MF gehen, Varus, ich hab alles. Ich kann alles, Leute. Jinx auch, ja. Geh Nocturne. Ich hab genug. Ich hab genug. So, wir sollten noch Janda rausnehmen, oder? Oder Top-Laner? What do you guys think? Auf jeden Fall, Janda, ich hab doch 10-Spec. Wego? Maokai, Maokai, Maokai. Ja. Wieso nicht? Maokai hat so... Aber das ist so freer Engage für dich. Okay, erstmal mach ich Wego raus. Und... Ich kann mir bei Pavo auch Jarvan vorstellen, oder? Aber Jarvan hat richtig guten Engage auf eine Sona zum Beispiel. Wenn der jetzt Camille pickt, dann muss ich Jack spielen, ne? Okay. Oh, ja. Glaub ich auch. Ja, Hacker im Yumi auch. Ja, das Hackerband, oder? Ja. Das seh ich auch. Äh, aber... Also, Maokai... Also, was? Okay. Ja, Maokai ist kein guter Duellist, so. Dann können die keinen Tanktop spielen. Das ist schon okay. Ähm... Ja. Eine ADC, ne? Ich würde einfach... Äh... Ich glaube, wenn wir eh nicht Teamfighten wollen, würde ich nur beim F gehen. Die ist besser daran. Hä, wenn wir... Ja, wenn wir eh nicht Teamfighten wollen, ja. Ja! Aber ich glaube, mit dem F würde ich mich wohl da fühlen. Mhm. Mhm. Ich würde auf Comfort gehen. Ich habe nicht viel gespielt, Leute. I'm sorry. Das ist okay. Das ist okay. Das Maokai Argument, verstehe ich. Wir werden sehen. Brücki, was gehst du mit Samana? Heel einfach. Bis jetzt. Bis jetzt ist auf jeden Fall ein Heel-Angle. Und jetzt können wir Jax picken, oder? Ist aber nicht gut. Das Führer-Favorite-Match. Achso. Ähm... Nö. Also, Na ist genervt. Ich weiß nicht, was du mit dem Führer pickst. Also, wenn ich gut auf Jace wäre, wäre Jace nicht bad. Hm. Okay. Das ist terrible hier. Ja, ich will einfach trotzdem... Weißt du mit Rumble? Ich will einfach trotzdem nachspielen. So wie früher. Ja, du kannst nachspielen. Ich finde das fein. Aber der hat bezahlt das so, ne, trotzdem. Das ist besser, als wenn du Melphi pickst. Okay. Also, die Idee ist auch eine ganz wilde gewesen. Ich habe nicht zugehört. Was für einen Samana hast du jetzt, Brücki? Heel. Heel. Hab ich dabei. Also, Fiora ist doch einfach Broken auch aktuell. Die wird auch bei den Worlds permanent gepickt. Ja. Ist schon seit LPL-Playoffs wird sie einfach geblendet, ja. Also, die hat ja keinen Counter. Nach Gnarnerv. Was ist denn das Beste, was du spielen kannst? Ich gehe Ignite. Fuck it. Also, LPL spielt gerne Jax dagegen und Fiora ist immer Soft-Winning in den Matchups. Aber Jax kann Teamfighten, ja. Ja, genau. Also, die picken schon Blacks. Okay, dann hab ich das wenig. Ja, das ist nicht falsch. Das muss einfach nicht Winning. Also, hätten wir Fiora-Blind müssen? Ja, ne? Ich glaube, ja. Glaube, ja. Weil wir hätten Fiora-Blind müssen. Ja, wir hätten Fiora-Blind müssen. Echt, ich gehe keinen Ignite. Was willst du denn von mir haben? Du hast Heal. Ja. Ich glaube, es wäre trotzdem besser gewesen, Camille zu gehen als Nah. Das ist ein Secret Tag. Aber Camille ist unplayable, no? Das wird gut. Nein, der ist nicht unplayable. Das ist nicht unplayable. Ich sehe deine Secret Tag noch nicht. Kannst du sagen, was du hast? Nee, nee. Du siehst das gleich im Loading Screen. Nee, es ist auch nicht so secret. Das wäre gut. Also, wenn es jetzt weder Exorbs noch Ignite ist, dann müssen wir vielleicht Remaken. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Heilung, die Gegner. Ich sag's, wie es ist, ne? Wild. Ich gebe Future Fire Second. Weil... Du hast Ghost dabei. Ja, das wird krass. Trust. Hey, was würde ich denn hier sonst spülen? Das wird krass. Trust. Ich gebe Future Fire. Nein, nein. This is good, guys. Wir müssen ein bisschen optimistisch sein. Mhm. Also, ich weiß, dass viele Azias Oblivion Orb rushen gegen Silas. Soll ich das machen? Nee. Wenn du Twitter durchliest, solltest du das nicht tun, ja. Nee, lass mich Future Fire geben. Das machen trotzdem super viele, ne? Und die haben halt auch Yumi und Fiora und Lee Sin. Ja, ich hab auch noch extra nachgedacht. Lass lieber Kani jetzt zum Punt. Weil Kani eine ganz besondere Stellvlogge ist. Was soll das? Brücki hat fünfmal gesagt, er will heal gehen. Das ist eine seltsame Frage. Ja, das ist auch ein guter Summoner-Spell. Das ist komplett fein. Ich find Ghost auch klasse. Geh Gleit, Gexhaust, like what? Okay, ähm. Du hast voll meine Aura mit diesem Dumpf. Oh nein, mein Mäntel. Bin jetzt schon sauer. All right. Alle in den Busch vor Rapper. Außer Aktion, der steht sich davor. Ich nehm mal kurz so ne Tablette hier. Ich dachte, wir haben hier so 30 Minuten Engel und danach kann ich Red Dead Redemption spielen. Was Red Dead Redemption? Warum Red Dead Redemption? Okay, jetzt muss ich aber wirklich, jetzt bin ich auch mal pissig. Warum empfehle ich dir denn, geh doch vor und dann spielst du am Ende dort zum Red Dead Redemption. Weil ich von Anfang an auch ein bisschen mehr Lust hatte. Mann, ey. Was ist denn ein Red Dead Redemption? Ist das das mit dem Pferd, wo du so rumreißt? Ist das das mit dem Pferd, ja. Ey, ich hol mal ganz kurz, ich bin gleich wieder nach. Ist das mit dem Pferd? Was? Wie stehst du denn um 7 Uhr? Ist das... Okay. Okay. Juhu. Klingt geil, Alter. Wann bist du aufgestanden, Bricky? So, ich, geht dich überhaupt nix an. Ich... Ich bin um, keine Ahnung, 18 Uhr. Oh mein Gott. So. Soll ich hier Dorans Schild gehen eigentlich? Nein! Oh, Billy. Glaubst du, du hast genug Sustain, Kani? Nach dem ersten Base ja, weil dann hab ich ne Träne. Ja, und mein erster Base ist dann wahrscheinlich sehr früh. Bitte... Nee, Bricky, komm. Das wär so, als würde deine Sona mit Ghost spielen. Jetzt mach mal nicht die. Na gut. Wenn du in Gott dann reinpassen willst, dann geb ich dir eine Klinge. Ich hab einfach einen Post, um uns zu fragen. Hey, du kannst doch, du kannst doch Longsword drei Pots nehmen. Nee, mach ich nicht. Ja, das wollte ich schon sagen. Ja, solltet ihr mal über uns fragen, hier. Sind wir ready? Ich glaube, ne? Ja, ich mein, wir sind ready, aber man sollte trotzdem gefragt werden. Ja. Okay. Ich wär ein sauberes Game, Leute. Der Freddy war nicht da, als wir über die Schlafenszeiten geredet haben. Also alles kein Problem. Geh rein, Leute, geh rein. Hallo, Bricky, 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 Bricky. Ja, ich hab aufgepasst. Guten Morgen. Kurze vor Kurs zu zünden, um schneller da zu sein. Ich bin knapp vor Blöken. Big win. Wenn er rüberjumpt, wartet, bis er in den Busch läuft. Dann gehen wir erst aufs Maul, okay? Ja, wartet, wartet. Der QD hier rein. Bis er reingelaufen ist. Okay, not happening. It's not happening. Ich zieh durch. Naja, der müsste ja auch viel früher da reingehen, weil der will ja auf seinen E-Cooldown warten. Also das macht ja keinen Sinn sonst. Oh, ich glaub, gute Botlaner wären hier für das Ward gegangen, oder? Aber gegen Yumi, braucht man das? Soll ich hier einen Ward stellen? Also ich bin nicht so stark wie Fibora, du bist aber stärker. Elise, du bist doch voll gut auf der... Oh mein Gott, mein Mental. Er hat eine Spinne in seinem Zimmer, Mann. Der Mann ist 25. Weißt du, Agurin? Ich würde mich auch um eine Spinne machen, so ist es nicht, ne? Also ich müsste Agurin auch mal in Schutz nehmen, weder. Spinnen sind ja so harmlos. Wir haben ja keine giftigen Spinnen. Aber du weißt ja nicht, wie groß die Spinne ist. Vielleicht sind wir so ein bisschen größer als Agurin. Aber das ist doch scheißegal, wie groß die ist. Agurin ist 1,50. Die ist voll gut für dich. Die macht so Mücken und so kaputt. Mücken im Oktober. Hä? Ja, klar. Hä? Natürlich. Mama, Mama, das Licht an bei dir und Fenster auf. Und guck, was passiert. Ja gut, der wohnt in den Bett und da kommen keine Mücken. Oh, bei mir schon. Da kommen nur irgendwelche Junkies. Wow! Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich das war genau. Ja, ne? Ihr habt gehört, was Karni von Berlin denkt, ne? Wir müssen gehen raus. No Front an alle Berliner. Karni ist schon ein bisschen immer Ringbahn gefahren und dann natürlich. Ja, ist bitter. Es tut mir leid an alle Berliner Homies und Homiennen. Wir müssen halt... Also ich glaube, das ist eine gute Taktik an sich, weil... Vielleicht ist gleich noch eine Pizza da, ne? Jetzt muss ich gleich nochmal pausen wegen der Pizza. Hä? Dann machen wir gleich erst, ne? Oh Gott! Aber ich glaube, Pick ist die Clown Fierste gewohnt, weil die haben auch gegen Eintracht Spanner letztes Jahr schon gespielt. Wenn die jetzt pausen, wenn die jetzt pausen sind... Jo, soll ich sofort unter den Karni, oder? Ist ja schon sehr lustig, wenn die jetzt kommen würde. Schon, ja. Ist ja schon sehr geil. So, ich habe gegen den Action noch nicht geland, aber die sah immer sehr gut aus auf den Worlds. Ja. Ich hab 7-0, glaube ich dir. Ich hab auf den Worlds noch nie eine MF-Zona-Lane gesehen. Doch, 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 doch! Die haben MF gespielt gegen Eintracht. Aber nicht mit Sona. Oder? Das nicht. Ich bin doch nicht mehr sicher, ob Sona noch gut ist gegen die aktuell... Ja, ja, ja. Hab er nicht geliecht, der hat gesolostartet. Ey, was machen wir denn? Gehen wir für Prime? Ja, Silas hat Bot late in Welt gecarrot. Soffen wir halt können, ja. Also vielleicht Bot-Zeit-Solostart. Ich hab Push early. Ich krieg Raptor-Rot. Ich hab Push early. Ich krieg Raptor-Rot. Rogo. Machst nen super Job, Karni. Naja, ich kick ganz in meine Snacks. I don't mind. Wir arbeiten gerade dafür. Ja, wir kriegen Pryo-Bot. Mhm. Ich hab auch noch Pryo. Ja, für Missführer hat Crusher, aber... Fein. Jetzt wird's broken. Wir haben doch keine Pryo. Das Level 2 ist so strong. Holy shit. Also... Wir sind schon im River. Die könnten dich invaden. Die könnten dich invaden. Okay, ne. Die haben nur... Die haben relativ deep gewordet. Wahrscheinlich ist in dem Bush das Wort. Ja, bis zum ersten Base ist der Laden hier actually noch unangenehm. Danach hab ich genug Mana. Ja, die Botland hat nach wie vor noch Pryo. Ich hab nicht so viel... Ich weiß nicht. Die haben halt... Den... Den Summoner Advantage, ne. Wir fighten, guys. Ich mein... Ja. Gut. Ist okay. Ja, wir können fighten. Ja, Silas havert Botzeit jetzt. Vorsicht. Die move'n, die move'n, die move'n. Wir sind nicht in Time da. 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 Du willst halt fighten? Ich ghoste, ich ghoste. Du siehst sie lasieren. Wir move'n. Ich bin da. Goli, Goli, Goli. Silvia? Oh, das... Das hab ich vermisst, dieses Geräusch. Das hab ich vermisst. Hm. Hm. Okay, wo dann hat's gelegen? Wir haben ein bisschen... Bisschen früh Auge bekommen. Plus ich glaub... Wir sind glaub hier einfach eine Stärke am early game. Ist auch egal, guys. Nice. Alter, was war ich? Du hast Faro gedodged. Cool. Boah, Alter, das ist schon... Das, glaub ich, hab ich auch vermisst. Ja. Das macht Spaß, seit zwei Kittles. Das ist so ne Schöne Lane davor. Mann, ey. Okay, war's gut. Ja. Das Leben lebt sich. Ja. Sag mal so ist. Ich hab Tabis nach der Wave. Sie hat vor Ewigkeiten geworden. Sollte ausgemacht sein. Ja, ich bin... Ja. Ich kann... Ich kann... Ich kann move. Ich kann move. Ich kann move. Ja. Ja, ich denke... Ja, ja. Nein, ich bin sonst tot. Ich hatte keine W. Oh, die sehen mich. Aber ich... Der Zilla ist halt superfett, ne? Ich move auch, ich move auch. Ich move, ich move. Ich hab Bock drauf. Fiora moved. Sie ist stärker als ich. Ich hatte aber gerade keine W. Ja. Ja, Fiora verliert Farben. Für mich ist es gut, zumindest. Wir können mich zonen von der Wave, no? Jetzt alles kommt? Nee. Wir werden mich zonen von der Wave. Wir werden mich zonen von der Wave. Was für die Ground machen, sonst haben die ja nichts. Ja, Moment. Die trauen sich nicht. Ich muss jetzt wieder Mitte, ne? Weil sonst ist es Super-Go. Ich hab ziemlich viel verloren, aber... Ich brauch keinen Farben, ich bin nah. Na, actually sind alle wohl jetzt gut für uns gewesen, also? Ne, 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 die waren nicht der Top-Turm. War ziemlich besser. Ah, okay. Dann ist es nicht gut. Aber ist fein. Ich hab die Tablonen. Bei Watts? Pink Watts? Hat er den... Vorsicht, Zillas ist Wattside, maybe dive. Ah, ich bin auch gleich wieder da. Ich bin mega einfach zu diven. Doch, auch, dass du... Wollt ihr ja sehen, dass wir da sein, ne? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, fuck him up, guys. Nice job. Sport wurde? Mhm, mhm. Alles für den Jungler. Ich geh direkt in den River, ne, Brücken? Ich muss die Wave erfahren, ich werd später kommen. Alles okay, wir haben den River. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Kane-Games von Kenyon, äh. Der auch die ganze Zeit reingeburger-flippt hat. Meinst du jetzt Agui, oder meinst du Dissin? Ne, ich meinte natürlich den Dissin. Wow. Wow. Das ist Toxic. Wieso ist das Toxic? Das hat ja super geklappt, was? Mhm. Das ist halt so awkward, aber das ist halt... Das klappt halt. Boah, der ist jetzt Base von denen. Ja, ja, ja. Vorsicht. Könnt ihr dich dive in oben? Äh, zu dritt? Ja. Ja. Ich komm auch top. Ich komm, ich recall und komm top. Ich bin gleich Level 6. Ich bin Level 6. Ich kann Moven. Bist du 6? Ja, ja, ja. Ich geh durch. Ich move auch nach oben. Ich ghost, ey. Die gehen für mich jetzt. Ich komm auch, ich komm auch, ich komm auch. Ich kann ja nicht. Das war's. Ich will fighten, ich will fighten. Fiora ist sehr low. Der hat noch Nau. Ne, keine Nau mehr. Sorry. Die Sim wird scheinbar Level 6 werden. Look, look, Fiora. Okay. Flash. Ja, ja. Wir haben einen Flash bekommen. Ja, ist halt geblieben, sag ich immer. Na toll. Wenn du keinen Ultier klauen könntest. Ich dachte, das wird cooler. Die Sim ist gleich da, ne? Nein, stopp. Alles für den Jungler, sag ich immer. Das ist das. Wir werden wartenfalls spät den Sprechpot da unten. Ja, ja, ja. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Aber du weißt gar nicht, was du meinst, Freddy, hä? Normalerweise coverst du euch der Jungler Dives und nicht der Mittler in Auto. Ja, 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 ja. Okay, wir müssen so sehen, dass wir in der Basis, Fiora hat keinen Flash mehr. Warum hast du nicht mit Heimkarni? Unser Bot den Turm ist schon ziemlich chunked, ne? Es wird schon so sehen, dass wir den... Es wird schon so sehen, dass wir den... Brauchen wir aber, glaub ich, auch gar nicht. Okay. Okay. Wir brauchen die Scheiß-Bachleiter auch nicht. Er hat absolut keinen Flash-Top-Lane. Also gar keinen. Da war ich direkt, wie der Wuster, Mann. Er hat keinen Flash-Top-Lane. Ja, dann mach doch, was du denkst. Wenn die sechs hinten, sind die, glaub ich, schon strong, ne? Weil Karni ist Level 4. Ja, ja. Ist, glaub ich, kein... Okay, alles klar. Nein, nein, die haben alles ab. Nein, die haben alles ab. Die haben alles ab. Und Level 6 beide. In-to-Exhaust, Heal und Ghost. Ist sehr, sehr schwierig. Ja, der ist aber auch genervt worden, ne? Ich sag's nur. Der ist gebufft worden, no? Ach, du meinst mein... Ach so. Ja, ja, ja. Ich klinge drauf. Botlin fehlt gerade, aber die trappen uns wahrscheinlich eher in Lane, als dass sie was anderes tun. Ja, die haben einfach Harald-Player gemacht, ne? Silas ist ein bisschen gerade vorsichtig. Der kann Bot-covern. Ne, wir misspot. Wir misspot. Halleluja. Ja, Silas könnte ich hier vielleicht auf mich trappen. Jorath, move toplane, kannst du euch mit dem moven. Bist du für den Red gehen? Wir haben keine... Dann sollten wir jetzt pushen, no? Ja. Jorath, back top. Mhm. Ich würd gern Mitte pressern. Ja. Ich hab TP in 20. Ja, hat der nicht flash? Der hat gerade nicht geflasht, ne? Ja. Dann, ich werd mal nach oben hovern gehen, wenn die Mitte play machen. Meinst du? Ich weiß, das ist, glaub ich, zugenahmt. Ich kann auch Travender. Oder willst du Botlin machen? Wir können einfach... Ich kann unten Wave clear, wenn du mit der game willst. Wir haben eigentlich sehr, sehr gute Vision auch im Bot-Side-Bereich, ne? Botlin sieht so aus, als ob wir in die Base gehen wollen. Ich werd mir kurz EP joinken. Dann werd ich ja auch recallen. Ich hab Bots. Oder willst du die nächste Wave noch hardpushen? Noch hardpushen. Okay. Wir müssen aufpassen, die Anime-Botlin hat jetzt hard Tempo über uns. Ich weiß, die könnten irgendwie im Busch trappen auf euch mittlerweile auch, ne? Ich hab Priorität auf der oberen Linie. Also die Botlin hat viel Tempo. Die könnten jetzt auch Mitte sein beide. Ich brauch aber noch kein Flash. Oder top. Alles möglich, ja? Ja, die können überall sein. Also der Mitländer muss resetten und TP'n. Ja. Sind Bots. Ja klar, du bist ja Maschine jetzt. Äh, was tun wir? Mit der keine DP? Okay. Hm, ich werd fein. Okay. Mhm. Sollten hier eigentlich noch... Warte mal, ich droppte einfach mal mit Pinkwart rein. Ne, dachte ich jetzt... Jo. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, der war hier. Deal in drei. Schön. Äh, was fürs... Ähm... Glaub ich auch, ja. Mitte hat kein... Mitte hat keinen Flash. Aber ich hab auch... Ich hab auch keine Ult, ne? Mitte ist kein Flash. Ich hab jetzt Ulti. Ich hab jetzt Ulti. Wir sind Mitte ganken. Hier Mitte. Mit Herald. Yes. Not schlupf... Okay. Mittler für den Wipp-Häsen? Guck auf euch. Die gehen ernst, ne? Hame. Ich darf die Platte nehmen, ne? Das werden die Contest, no? Also bitte kein Flash, kein TP. Ich muss hier resetten. Good job, guys. Well done. Ich kriege mein Plating nicht, das macht mich traurig. Nee, ich glaube auch nicht. Das war Nullis hin. Aber Heal, Exhaust. Hat er. Naja, actually, nee. Ist was besser gekommen mit denen, glaube ich. War nicht so lang. Nee, aber der hat aber Hilfe gebraucht. Ähm. Völlig fucked, ey. Unser Botlane Turret ist trotzdem immer noch ziemlich low, ne? Okay, ich werde mich jetzt nicht zu weit lösen von Botlane. Denken beide, er ist es am Weg. Yumi's Mitte, Yumi's Mitte. Willst du auch ein Heal haben? Äh, ich push noch einer, wo er hilft, dann gehe ich resetten, glaube ich. Ich bleib mal kurz hinter Freddy, solange Yumi auch da ist. Hm. Die H war in Topside. Die H war in Topside, ja. Sivir hat jetzt, Sivir hat jetzt Prior Bot. Da ist ein One. Na, die haben wir nicht hinterlassen, ne? Nö. Hast du TP für oben? Ne, ne? Ja, bei dem keine Wave. Ah, sehr gut, sehr gut. Er ist der nächste wieder. Ich würde gerne Mitte TP'n. Sivir hat die Flasht, die sind dann nur gekickt. Gerne. Kriegen die den Top-Turt? Ja, ne? Ja, dann flashen, ich habe vielleicht keinen verloren. Wenn ich das in einem Mod schaffen sollte. Oh, hier ist ein Roll-Roll-Roll. Vorsicht, ich sehe den Syllas nicht. Er ist ein Kick nicht. Doch, du hast Syllas. Der hat Blue bekommen. Jura, kein TP. Syllas, kurz auf TP. Ich werde nach unten gehen. Good Job. Ne, Syllas hat noch keinen TP. Nice. Sivir ist echt sehr süß, ne? Jura könnte aus Baseball kommen, hat keinen Flash. Der Red hier ist auch, btw. Nur so, als Info. Lee hat keinen Kick, wenn er irgendwo hingeht. Lee ist hier, Lee ist hier. Vorsicht, Freddy. No Kick, no Kick, no Kick. No Kick. Naja, ich bin immer fine. Aber die... Ich hätte gerne einen Töten gehabt. Ey, was machen wir? Die werden jetzt für Second Harald gehen, ne? Die haben noch Vision da oben. Ich kann Basen und da hochkommen. Ich bin sehr schnell mit der Map, auf der Map. Äh, dann... Aber wollen wir Freddy jetzt echt schon in die Sideline werfen? Ich glaube auch, dass das besser ist. Okay. Good with me. Ja, noch hat er ja eh gute Vision. Die sind... Yumi ist da, Silas ist da, ne? Dann move ich da rein, ja. Ja. Ne, hört das dir an. Und du musst oben auch aufpassen, dann. Wait, hier macht was Red, wa? Ah, die Sivir ist hier, ja. Ne. Jura ist geflasht. Lee Sin ist nicht geflasht. Äh, Lee Sin hat 16.05 Flash. Plus minus 10. Silas hat glaube ich gleich wieder Flash ab. Oder hat sogar wieder. Jura hat keine W. Yumi, sieh wir mitte. Dagegen kommt der klar, oder? Klar. Also... Ich werde die immer gegenhellen. See, ich glaube der bester Play ist mich da, wenn Haraldspawn. Silas war grad hier, ne? Der war mitte bot side. Lee ist auch unten. Bin was drunter? Ich kann ihre W-Force meistens. Also, als Mini das nicht so, als Mega das nicht so einfach. Und ich kann es versuchen, aber es ist nicht so leicht. Eineinhalb Minuten dritter Dragon. Ich bin Fall. Ah, jetzt look. Die pushen mitte zu dritt. Die pushen mitte zu dritt. Mit Harald, mit Harald. Sei kein Flash, sei kein Flash. Nice. Legenden? Ne, nicht gegen den Harald. Also die kriegen den Harald. Muss aber... Ja. Hm. Vorsicht, wir sehen alle drei mitte nicht, ne? Okay, sind wir da raus. Die könnte jetzt Box aber sein. Vielleicht wird rüber gehen. Ja, kann ich mich nicht gegen werden. Ja, I try. Das sei das, wir sollten raus, wir sollten raus. Das ist SP, ne? Ja, und die können aus der Mitte auch hochziehen, ne? Ich kann Recon zum Black Mow laufen, ja, klar. Ja, der wird ja auch danach reinrotieren. Wahrscheinlich haben wir dann vollblown Teamfight. Ich glaube, aktuell sollten wir noch stärker sein, oder? Ich glaube auch, dass wir gewinnen. Also aktuell glaube ich, sind wir stärker, ne? AD Carry Jungle-Items sind crazy. Lee hat wieder Flashdown. Ich hab Anti hier. Für die Frontline, I guess. Mit Yumi, Lee Sin, Silas, Fiora. Holy fuck. I'm ready. Jura hat noch keinen Flash für eine Minute. Wir müssen aber schauen, dass... Agurin lebt, ne? Du stirbst relativ schnell. Ähm, wir haben Mitte jetzt geöffnet, ne? Ja. Wir müssen den... Also, schau mal, die haben Mitte Prezant. Ja, aber das... Ich hol mir Rage, dann bin ich da. Was? Äh... Kann irgendwer den tanken, denn? Ich move, ich move. Wir haben Sona. Wir haben Sona. Lee Sin ist der Flank hier, mit Yumi hier. Vorsicht. Lee Sin ist da, Lee Sin. Wir gehen jetzt den Drake, oder? Ich bleib Botlane, ich bleib Botlane, ich bleib Botlane. Ich bleib Botlane. Ich bleib Botlane. Wir rotieren zusammen Mitte. Und dann gehe ich top, oder willst du top, Freddy? Bei mir ist das egal. Ich werde wahrscheinlich top gehen, ne? Gut. Ich kann miterhalten mit dem Zell. Ich bin halt nicht gegen... Ich bin halt nicht gegen Silas, ne? Aber... Ja, richtig. Das... Äh, die wird... Die rotieren für oben, das anscheinens. Da noch kein Flasch. Ich kann's versuchen, aber das ist nicht so leicht. Äh... Wir müssen Brügeln dann auch mal Cover geben, ne? Äh, ist wieder ab, ist wieder ab, ist wieder ab, ist wieder ab, ist wieder ab. Mein Timer. Äh, die kommen alle zu dir. Also vier aus dem Mitte rauskommen Bot, ja? Brügig, ich komme nach oben. Maybe können wir den Silas töten, wenn der Overseer ist. Haben beide geflasht. Ihr müsst extrem aufpassen unten. Wir werden für euch gehen. Können wir den töten? Ja. Warte mal. Okay, der moved. Er ist noch hier. Ich weiß nicht, ich hab kein TP mehr, ne? Ich hab jetzt noch TP. Safe. Ja, ja. Ich weiß, also ich, ich hab gesagt, ich kann W forcen. Aber sie hat der Flash, war mein Timer. Pass auf, Silas kommt mit dir. Silas kommt mit dir. Er ist nicht mehr zu lang rumdürgen. Er ist nicht mehr zu lang rumdürgen. Und jetzt hat sie früher Flash, sie hat der Junge jetzt. Ich geh fucking late, dieses Game. Fuck this shit. War fast ein bisschen risky. Exact. Es sollte nicht so schwer sein eigentlich. Wenn wir bei Mitterrand brechen. Geht Play auf Silas hier? Geht Play auf Silas hier? Ja. Ja. Ja, 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 komm. Der Mitterrand ist so low, ne? Ich krieg ihn einfach nicht. Wenn wir einmal Setup haben, kriegen wir auch Mitte. Kurz warten auf den Blue Buff, ja. Ah, ich hab keine Wards mehr. Kann ich, ich müsste noch mal kurz basen. Ich bin zu spät, oder? Ach, Venter, mein Hase. Wir brauchen keine Wards. Na, nice. Toilkin, lol. Ne, ne, kann ich nicht. Hier ist, äh, Lee Sin, ja, Lee Sin und Lee Sin hier. Können hier sein. Die sind bei uns, die sind bei uns. Alright, 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 alright. Ach, du liebes Lee Sin der Damage. Der Red von denen ist ab. Der Red von denen wäre ab. Ja, du wirst... Er ist hier. Kannst du den auch machen, Freddy. Meine Pizza ist da. Meine Pizza ist da. Kann ich mal pausen? Gleich wieder da. Was? Also, Freddy, ich sag dir, wie es ist. Ich würde auch einen Wave Push, dann kann ich den auch nehmen, ne? Ja, aber die Silvia kommt gerade aus der Mitte hoch, ne? Ja, nehm ihn, nehm ihn, nehm ihn. Die Silvia ist... Ich weiß nicht, ob ich den kriege ihn dran. Alles gut. Versuch's einfach dann. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 anders wird. Das ist ein insanees Game, by the way, bis jetzt, ne? Ja. Well fucking done. Das ist actually richtig clean. Also, bis auf den Drake. Keine Ahnung. Ich hätte actually die Vault Reminder gehen sollen. Nicht Blade. Ich hab das... Ach, in Solo kriegen gleich ein Fehler gemacht. Also, ich kann actually Morello. Ich hätte ein volles Morello, ne? Nein, nein, du kaufst kein Atem mehr. Ich hab überhaupt kein Gold. Nein, nein, nein. Ich kann jetzt... Wobei, ich verkauf den Ruby Crystal und ich rush das Ding einfach, oder? Nein, wir haben keinen Zeitdruck. Ich hab, by the way, meine ersten 20 Minuten nicht aufgenommen. Ne, ich auch. Also, ne, ich hab... Audio, ich hab mich gemutet, das meinte ich. Achso. Wenn ich von irgendeinem anderen Audio nimm. Dann wär ich auch sehr blöd. Da kriegst du direkt den Strike rein, wenn du mein Audio nimmst. Äh, ich weiß nicht, wie wir das schreiben sollen. Äh, ähm. Ich hab und. Kann mir das einfach irgendjemandem... Sagen wir nicht in dem Official schreiben. Äh, Bröki... Ich werd da nicht lügen, hä? Ja, Bröki Dor, ne? Achso. Lieberando. Du hast gesagt, wir lügen nicht. Du sagst doch einfach Dor. Ja, sag doch nicht sowas, Mann. Ja, wir lügen nicht. Wow. Jetzt wird die Zor. Hallo. Ready, ready, ready. Ready. Okay, ich muss oben raus. Jetzt sind wir oben bei mir, richtig? Richtig, wir gehen alle Base. Wir resetten hier, wir resetten. Alles klar. Willst du Golems farm, Bröki? Ich hab Zeit. Bitte? Willst du Golems farm? Nee, ich hab mein Item glaub ich. Okay, dann farm ich's. Du wolltest versuchen zu verschleiern. Indem du schreibst, Lieferando? Nee, davor hab ich gesagt, sagen wir nicht. Die sind hier, ne? Lesen hier. Ja, in keinem Sinn, was Kani sagt, wie immer. Natürlich nicht. Ich bin so damit. Nehmst du die Bot-Side-Camps, Torgian? Oder hast du... Ich kann die nehmen. Ich würd base'n, dann kann ich die nehmen. Gut, gut, gut. Dann geh ich hier auf base direkt. Warte, ich muss doch nicht base'n, ich hab nur Pickaxe. Also nach meinem Base machen wir jetzt weiter, ne? Auf der nächsten Wave. Soll ich... Also seid ihr sicher, dass ich nicht sidelainen soll? Nee, nee, du bist safe. Du kriegst Pryo easy. Ich krieg gegen alles Pryo, ja. Richtig, voll geil. Bei mir ist halt... Bei mir ist... Tut der doch, die ganze Zeit schon. Also die ganze Zeit schon, ja. Ich würd der gegen Handpryo kriegen. Wahrscheinlich. Aber die spielen einfach sehr defensiv. Können wir Top-Lane und... Warte, wir müssen... Probier' grad' das Wave zu synchronaisen. Mit am Herd-Push... Nee, push durch, push durch, push durch, push durch. Jura ist Mist, hat TP. Sag mal, Kani, willst du mich verarschen? Ja, ist... Tut mir leid. Jura kann mit sein, ich hab keine Info. Du hast mich grad geflamed und jetzt willst du noch mal... Ja, ist doch nicht, oder? Ja, ja, mit Fokus. So, können wir jetzt by the Waves pushen? Okay, wer ist alleine? Silas ist alleine. Vielleicht, wir wissen nicht, wegen Lee. Kannst du dich hier bauen? Yumi, sie, wir sind Mitte. Aber ich kann halt... Wir können jetzt alle drei in den Lanes rücken. Wir müssen Mitte nicht hart pushen. Bist du 2-Man-Nash probieren? Nee, nee. Vielleicht aber erstmal Wave synchronaisen. Okay, Mitte nicht hart pushen. Warte mal, ich werd hier kurz pinken. Weil der Lieber auch... Nee, bei euch. Yumi bei euch. Die haben hier nichts zu sehen. Freddy, nicht hart pushen, ne? Ja, ja. Gut, gut, gut. Dann kriegen wir gleich Nash. Hey, du... Top-Lane und Bot-Lane hart pushen? Auf diesen Waves, okay? Ich bin schon fertig. Ja. Gut, ich auch gleich. Ja, und jetzt fangen wir gleich Nash an. Ich fau einfach in zur Mitte. Ich werd Draco von Sohn und werd mir das Lanesheim enthalten. Ich fang jetzt an zu pushen, ne? Ja, und jetzt machen wir Nash alle zusammen. Muss Lee Sin sehen. Ich werd nicht dazu kommen, instantly. Catch Mid-Wave. Keiner Catch Top-Wave. Sei das. Das rush das Shit. Okay. Ich werd ulten, damit der nichts sieht. Wir sind das da. Actually, wir müssen abbrechen. Wir müssen abbrechen, 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 abbrechen. Ich hab keine E, ich hab keine E. Ja. Du musst wieder hinten rum zur Mitte, okay? Und wir gehen Top-Lane, 3 Top-Lane, 3 Top-Lane. Ich werd den Zeit als ulten, wenn der zu deep geht, okay? Ich hab keine Wards mehr, aber es ist fein für den Mund, oder? Ja, es ist fein. Wir haben Priority und die werden Drag gehen, oder? Ja, genau. Wir kriegen den Top-Turid. Wir müssen wir nicht wieder einschließen. Vielleicht nicht eher gleich gleich. Erst-Turid, 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 erst-Turid. Wir hatten gleich ulten. Kannst du noch ein bisschen Angst vor Nash? Ihr solltet Loki drauf tun. Okay, nein. Die können immer noch alle um sein, oder? Der hat Drag abgebrochen wahrscheinlich. Flora kann TP. Der wird gefeiert gleich, ne? Aber ultim geht bisher gar nicht. Ich dachte, der fehlt noch länger. Ja. Wie ist auch hier? Machen wir Dragon? Ja, ich soll ja Dragon machen. Die werden Nash wahrscheinlich weiter. Ja, wahrscheinlich, ja. Ach, der war schon... Der war auch... Actually, wir brauchen Anti-Heal gegen den Kerl, ne? Also, wir haben ja kein Anti-Heal. Ne, ne, das Problem ist einfach, dass wir so ein Ultreffen nennen. Wenn der wachst, oder das, oder das. Also, wenn ihr jetzt das härter habt, oder was? So, gut. War das so... Ob ist das für ein Problem-Player noch? Ja, gestern, ne? Ne, ne, die beiden erst von Break, die sind einfach hochgemoved. Die sind einfach hochgemoved. Weil die dachten, wir machen Nash, nicht unbedingt Top-Net-Player. Ah. Aber wir haben den Dragon, at least. Wir brauchen noch bessere Vision, damit wir so was sehen, ne? Ja, ja, das war die Zeit der Rotation. Ich wusste, actually, nicht, dass der 4 im Sonjas schon prockt und dann aufsteht. Ich magse nicht eh. Was heißt, du musst instant nach Sonjas gehen? Ne, ne, ne. Ist okay, ich glaub, wir sind trotzdem sehr gut. Wir machen the same Lane-Setup. Ist weder für Top-Field-Projekt. Ja, ist viel härter für mich gegen Führer, sie hat Nash. Ja, natürlich, ja. Ist jetzt sehr viel Spiel. Viel härter für mich gegen Silas, sie hat Nash. Ja, ja, das stimmt. Actually, wir haben keinen Soljas. Ich kann den ins in Ulten 20 Minuten. Die können halt forsen jetzt mit CW-Jummi, ne? Weil jetzt kann ich die Ways nicht mehr klären. Also vielleicht müssen wir Brück jetzt Mitte stellen dann. Ich kann die Ways auch nicht klären. Die gehen Top, die gehen Top, die gehen Top. Du kannst bitte pushen. Wir haben TP-Boards hinten. Wenn die durchgehen sollten wir TP-Boards, by the way. Zehn Sekunden für meine Ulten. Okay, die gehen alle. Dann vielleicht Flair-Fairer. Wir haben keine TP-Boards, was meinst du? Wir haben nicht einen. Ne, haben wir nicht mehr. Gerade war noch einer. Ich gehe nicht Morellos jetzt, ne? Nein. Wir pushen Mitte. Wir pushen Mitte. Du musst oben abgeben. Kannst auch ruhig zu uns rotieren. Wie ist der Base? Top oder Mitte? Äh, Mitte ist Dutch. Also wir definieren jetzt Top-Lane. Top auch, ne? T2 halten wir jetzt. Wir probieren. Wollt ich mit der Rotation? Ja, wir müssen defensiv laufen. Sehr gut. Willst du einen Play machen? Ich könnte ulten. Joggin. Äh, nicht unbedingt, ne. Ich hab kein Mega mehr. Ist Sais noch Top-Lane? Wo ist Silas? Silas ist Top-Lane, ja. Silas ist ziemlich Top-Lane. Ich würde gerne die Fiora alleine zu ulten. Aber ich weiß halt nicht, ob ich darf. Oder, Fredi, willst du T-Pinti? Ich kann, ja. Ja, wenn du für Silas freust. Let's go, let's go, let's go. Und? Ja. Ja. Sie hat geflasht. Das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Alright. Kriegen wir jetzt Push. Okay, der Silas kann mich komplett von hinten, aber er reicht von noch nicht. Kannst du die nächste Wave annehmen? Und wie Deffen, wie Deffen? Nimm erst die Wave, dann kommst du Deffen, okay? Ja, ja. Das können wir nicht halten. Ja, den nicht, aber die Indem keine Deffen. Hier war kein Flash. Der Red von denen kommt gleich. Wenn sie weitergehen, brauchen wir dich so. Aber ich glaube, wir können schon halten. Komm mal zu Mitte. Wir können halten, wir können halten. Fiora ist bei mir, 3 Uhr um. Der hat keine Olden und kein Flash. Du kannst Red nehmen oder sowas, was auch immer du möchtest. Guck auf Fiora, ich gucke auf Fiora. Wir sollen aber auch schon rotieren. Ich glaube, die müssen abbrechen, um mitzugehen. Ich werde dann da rausgehen. Ich glaube, ich push top durch dann. Oder Tolkien, willst du das machen? Die wird, ich hab nicht zugehört. Also, wir müssen jetzt mal den ganzen Weg durchpushen. Ja, schon. Aber ich mach jetzt erstmal, ja. Also, tatsächlich, wenn mich Sadas mag, bin ich ziemlich weak. Aber er weiß es noch nicht. Ich kann noch bluffen für einen Moment. Okay. Ja, dann bluffen wir weiter. Die haben eine Mid-Wave. Nasher ist auch bald gone. Mhm. Wir spielen vor Shure, aber für Split Push, nicht für Dragon, ne? Also Fiora stomp ich komplett, by the way. Naja, die kriegen tier 1 Bot-Lane. So, aber jetzt sollten wir dann langsam, was machen wir denn? Dann push noch eine Mitte. Ja, wir spielen für Top-Lane 2. Wir spielen für Top-Lane 2. Wir brauchen Vision Bot-Zeit. Unbedingt. Top-Lane ist aktuell niemand, ne? Achtung, Mitte. Das wird Recon. Danach dabei verstanden ich mit Nash. Er noch 15 Minuten. Also, wir killen den, glaube ich, schon, oder? Ja, er hat so einen Erdson. Wenn Fiora tipeet, vor der einer Ult, dann nicht. Vielleicht kommt die Fiora gerade zu mir. Oh shit. Wir müssen Bot-Lane-Wave clearen. Äh, die Wave ist weg. Wir sollten Top-Lane, wir könnten Top-Lane vielleicht sogar beenden, wenn die Bot-Lane pushen, okay? Äh, die haben Lumi-Ult und Sivir-Ult-Geos. Die Bot-Lane haben Ult-Geos. Äh, okay. Ich kann dann nach oben gehen. Ich bin nicht bei dir, Freddy. Ich bin nicht bei dir. Raus, 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 raus. Ja, ja. Wir haben mit dir zwei auch gekriegt, ne? Wir machen gleich weiter, aber, ne? Also, du musst nicht resetten, oder? Ich muss nicht, aber ich habe einen Item für Bess. Okay, soll ich die Wave nehmen? Äh, nein. Ich brauche deine Gold. Dann tust's. Die werden für Drake gehen. Die werden für Drake gehen. Ich habe Rabbidons jetzt auch noch. Wenn du möchtest, kannst du TPen, dann haben wir direkt Pressure. Ja, auf den Turm vielleicht. Aber nicht einfach so. Je nachdem, was Fiora macht. Wenn du jetzt die Wave fahm, tp ich auf die Wave. Jetzt kann man die Frage. Das ist von der Drake-Zone. Aber wollen wir nicht gegen einen Top-In-App traden? Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Deswegen dachte ich, Tolkien Top-Lane ist voll geil. Aber warum hast du die Wave lang gepusht? Weil du jetzt TPen kannst, ne? Nein. Du fahmst jetzt Crux. Ich werde nicht auf die Wave spielen. Ich brauche das Gold für Item. Die TPen bitte schon. Aber wenn die kein TP haben, dann kriegst du hin, ne? Die Zilla ist kein TP. Zilla ist kein TP. Wollen die Zilla die? Nein. Aber wir können für Top spielen, ja. Gegen Fiora gewinne ich so oder so. Vielleicht gehst du Top-Lane, Freddy. Ja. Ich kann, ja. Ich glaube, du sollst Top-Lane helfen, wenn du das kriegen. Ich könnte für ein Suicide-Dragons-Ziel, actually, ich habe keine Gold mehr. Lass uns ein bisschen anfangen für Mitte-Pressuren. Also, kann ich. Und du kannst schon hochgehen, Freddy. Wenn du da bist, wäre super. Ich habe jetzt eine gute Wave. Die fangen die direkt an. Die ist alleine gleich. Die ist eigentlich allein. Die ist alleine. Okay, dann hin. Die sind bitte. Actually, go, go, go. Wo? Kannst du euch TP'n auch? Yumi hat schon geultet. Die trollen. Habt den Board nicht. Die trollen komplett. Killt die Beine. Ich geh für Siebel. Ich geh für Siebel. Ich geh für Siebel und dann Nash. Ich move zu dir, Freddy. Wir können zusammen spielen. Yumi hat kein Ult mehr. Wo ist diese hier? Hier irgendwo. Hier kommt Vision. Hier kommt Vision. Na, okay da. Wenn du findest. Ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Schade. Yumi ist nicht hier. Wir müssen mitgehen. Oder Nash. Kannst du nicht rauskriegen, Nash? Ich habe die P für Nash. Theoretisch. Oder wir helfen Tolkien. Ich werde Recall'n für Watts. Ich gebe Recall'n für Watts. Schade. Wenn du lebst, können wir vielleicht sogar Torbrenner. Egal. Wir kriegen schon Nash. Wir werden auch was toll bekommen. Ich brauche Hilfe. Gerade kein Ult. Kann dir da nicht helfen. Bisschen früh. 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 ICH WERN. Ich werde mich nichtÖN. Bisschen früh. Bisschen früh. Bisschen früh. Bisschen früh. Das ist probably Nash again. Nash. Das ist die wahrscheinlich. Du solltest Dolby Plane Pressuren und Freddy sollte Partlane Pressuren. Also wenn Scyllus immer mal realisiert, dass er mich einfach wundeten kann. Ganz wahrscheinlich. Der checkt das nicht. Ich hab das als vielleicht sogar Bot TPen. TP Bot, ja. Typ Bot. Das war ganz so PUSCHEN. Für mich noch sind sie nicht dran, right? Noch sind sie nicht dran. Noch spielt sie auf der . So wie es aussieht. Ich bin auch in 20 Sekunden da. Ich glaub, aktuell ist Nash nicht so. Ich bin flackend echt. Die Führer wird unten sein. Endlich hat das realisiert, dass ich vorne bin. Kann ich später immer noch holen. Wollen wir das feilen? Ich hab ne Ult. Ich hab auch Ult. 5 Sekunden. Da sind vier Leute. Hat die Sylvia unten geflasht, nicht oder? Doch. Kriegst du Kotlin? Lass ihn mal canceln, damit Freddy vielleicht ein bisschen Pressure machen kann. Äh, ist keine Impossible. Ist wirklich keine Impossible. Canceln? Canceln geht, ja. Ja, ich will noch mal canceln, noch mal canceln. Sylvia's Base, Sylvia's Base. Actually Sylvia's noch nicht Base. Nee, Sylvia's noch nicht Base. Geht rein, geht rein, gerade. Also nicht zu deep, lass nicht ihr Geld sperren, aber wir können gleich. Wir canceln noch. Oder? Ihr seid immer noch wirklich im Canceler? Ich kill die Sylvia. Ich kill die Sylvia. Ich kill die Sylvia. Nice job. Ich brauch Hilfe. Lass raus, lass raus, lass raus. Ich kann dich deffen, wenn die kommen, kann ich dich deffen. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich kann dich so deep in nur 8 Sekunden, okay? Machen wir weiter. Die sind Nash-TP, die sind Nash-TP-Base. Ja, aber das ist Problem nicht gut. Wir resetten hier, oder? Nee, wir pushen jetzt alle Lanes wieder. Nein, push einfach, push einfach. Ich deep zu dir, wir pushen jetzt alle Lanes. Wir sind überall über zwei. Der Töd ist sehr, sehr low. Vorsicht, die sind dreimal Botlane, dreimal Botlane. Ich hab Toplane gleich Inhab. Ich könnte auch... Actually, bleib mal hier. Ich bleib hinter dir. Wir haben 25 Sekunden lang 4 gegen 5, ne? Die sind Mitte. Die können wieder Mitte kommen. Schön, guys. Ich krieg Top-Inhab, ich hab Top-Inhab. Er wird mich danach töten. Der kommt nach oben, die kommen nach oben. Ja, ich bin tot, ich bin tot. Ich werde dafür sterben. Okay, dann gehen wir Bot-Sight-Camps. Ja, wir gehen Bot-Sight-Camps. Hier wär auch noch ne Midlane-Wave. Nein, das geht abendern, wenn überhaupt. Wir wissen aber, mit der Pressure müssen wir dann schauen, dass wir die Seele bekommen, ne? Ja, ja, Seele oder End. Seele oder End. Aber Vector ist was. Vector ist was besser. Ey, also wir sollten immer Vector schauen, natürlich. Always Vector. Ich brauch nur Vector-Bild. Ich hab hier kein Team-Fight-Bild gebildet. Same, same, same. Ey, was haben wir für Summoners gesehen? Oder Teepees? Der Lysinner hat grad geflasht, oder? Teepees sind halt gut, oder? Ja, die sind rausgeflasht wieder, ja. Genau, ja. Sonst nichts bei uns. Ne. Wir haben Flasher gegen die Summoner gehabt, das war's bei uns. Your turret has been destroyed. Ja, Flora ist weiterhin free für mich, Siders ist weiterhin impossible. Der fasst mein Sonners. Geil. Ich bin dir. Eineinhalb Minuten. Wollt ihr unten für die Gehen? Ihr seht uns nicht, oder? Ja, ich glaube nicht ganz. Wenn zahlt es TP, rennen wir sofort raus. Wir haben gerade keinen Druck auf dem Rest der Map, ne? Ja. Machst du nicht zu lang werden. Nice. Geh raus, geh raus, geh raus. Push Mitte, push Mitte, ruhig. Push Mitte. Wir gehen alle Mitte. Kani, 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 Kani. Ja, ja, ja. Bin da, bin da, bin da. Ja, die kommen, ne? Ich hab bloß verflaschen. Ich hab gleich den nächsten Dash, wir sind okay. Ah. Mach weiter. Ich geh top push. Ich geh top push. Nein, nein, nein. Mitte, 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 Mitte. Please. Aber wir sind über Zeral Mitte. Ja, aber ich bin, nein. Wir sind 3 gegen 3. Geh ich raus jetzt? Und ihr geht auf den auch durch. Wir gehen Mitte und Bob durch. Ja, wenn du mich retten kannst, ist das Beste. Die sind 3 Mitte. Lee ist hier bei dem Camp. Achtung, Lee hier. Okay, Salis ist gerade alleine, maybe Lee. Okay, erst alleine, erst alleine. Ihr könnt ruhig pushen. Ich bait ihn jetzt noch pushen. Du musst die Vision nehmen. Okay, weil er kann, er sollte mich momentan kommen. Achtung, die kommen alle, die kommen alle, die kommen alle. Wir müssen ihn tippen, wir müssen ihn tippen. Ist nicht gut, ist nicht gut, ist nicht gut, ist nicht gut. Das raus, das raus zum Dragon, das raus zum Dragon. Ich guck hinter euch. Raus zum Dragon. Denkt an CP, denkt an CP. Ja, ruhig kannst du Mitte Wave actually pushen. Ich weiß halt nicht, ob wir das so machen dürfen. Ich werd nicht den Rubber gehen. Actually, wir können nicht, wir lassen ihn rushen. Nein, nein, wir können nicht. Lass sie campen. Lora's top. Wir verlieren, Freddy. Wir sollten zumindest den Flip nehmen, ne? Okay. Du musst den Flip nehmen oder CP fausten. Das alles hat auch kein CP mehr. Gut, mein Job. Ich seh kein TP. Ich seh kein TP. Lass raus, lass raus. Lass rausnehmen und weiter für Nash splitten. So, Freddy hat jetzt gleich TP. Ich hab auch TP. Wir spielen für Nash und drohen Backdoor dann an, okay? Genau. Jo. Na. Ist gut. Sonja Gold, ich werd die eine Mitwaffner annehmen. Ich hab den Gucci, ne? Ja. Aber das Toppoch war gut, aber er hat halt auch leider einen, oder? Dann kenn die du. Na, ich glaub, wenn ich die, die wollen nicht in seinen Sonjas haut, dann kriegen wir ihn einfach. Ja, wenn er seinen Ult nicht in meinen Sonjas haut, dann sind wir auch der. Aber ich glaub, unser Generalkonanz sollte sein, wir sollten schon keinen langen fight nehmen, wenn's geht. Ja. So wie er das mit der Führer gemacht hat, aber gut? Genau. Fast Fights, oh my god. Äh, ich hab jetzt more. Ich glaub, ich verlier noch immer. Aber vielleicht ist er jetzt wieder unsicher. Aber er hat aktuell keinen Sonjas, ne? Ich kann ihn 20 Sekunden ulten. Ja, wenn er durchpushen würde. Weißt du, hat das jemand getimt? Freddy, waren das deins ready? Äh, ich hab meins erst gekauft, also meins ist ready. Können wir ein bisschen teilen? Hat das vielleicht jemand? Dump. 33, 36? Stolen Gregors, äh, gnault? Äh, ja. Ja, ja. Ist das der Timer? Kurz danach, 15 und später hat er gesonnen. Das heißt, 35, 36. Ja, wir haben jetzt 20 Sekunden. Wir haben jetzt 15 Sekunden verliert. Lies hier oben. Also wenn er sich jetzt in den nächsten 10 Sekunden zeigt, ult ich. Okay? Ja, ich busch durch. Lies irgendwo bei dir, Freddy. 10 Sekunden jetzt noch. 36 was. Warte, ich muss eigentlich kurz hier rein und die Wards clean. 4, 3, Lass einfach in der Ruhe jetzt von der Schrein, okay? Lies hier. Lies hier. Lies hier bei mir. Du hast es nicht mehr zu sehen. Kani, du musst mal ungefähr bei uns bleiben. Ja, ja. Wir pressern schon noch die Base. Wir brauchen diese Vision hier. Diese. Okay. Wurscht ich die Wafer? Na? Vorsichtig. Wirst du fein? Ja. Wir sind round, wir sind round. Ja, ich brauch Kani vor allem. Wärts im Virothen? Ich hab keine Info. Ich brauch die Vision. Pink what this? Warte, da war ein Pink what this one. Gut, jetzt können wir pressern hoffentlich. Und vielleicht Base noch worden? Geht, geht, geht. Wird da jetzt keine Wave da? Ja, äh, kannst du die nächste mit Wave nicht hard pushen, Brücki? Ja. Dann müssen wir noch mal eine warten, ne? Ja, warte bis der Streetperon ist und dann. Ja. Wir chillen, die machen grad einen Play. Achtung. Wir brauchen den World erst wenn die Waves drin sind, Kani. Ja. 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 Warte, irgendwer Progress? Ich mach keinen. Ja, gleich machen wir. Ja, wir wollen ja einfach dann den Nash, ne? Auf der Wave machen wir Progress, okay? Auf der Wave machen wir Progress. Wollen wir nicht auf den Nash einfach? Jetzt push, jetzt push, jetzt push, jetzt push. Jetzt push, jetzt push, jetzt push. Dann sweeper den Kani. Actually warte ich. Kann ich da auch, aber ich kann nicht facechecken einfach. Wenn die Waves drin sind, I guess. Ja, ja, ja. Dann sweeper hast du und Ward us, okay? Achtung, Achtung. Achtung. Ja. So actually close. Können wir top durch pushen? Ja, ich pushe. Pushe. Stillas ist nicht zu sehen. Yes. Stillas wieder neu. Mach Progress gerade. Ja. Jetzt kannst du nicht rüberworden. Ich hab keine. Wir können überall pushen. Ich ulti da wo alleine ist. Zwei sind top. Ich mach nichts an. Ich krieg's nur. Ich krieg's nur. Ich krieg's nur. Wir müssen raus, aber wir müssen gar nicht. Nicht helfen, nicht helfen. Einfach raus. Ah, ich bin dead. Vielleicht wird am Leben bleiben mit Base Pressuren. Wir kriegen eigentlich nur eine mit, ne? Mehr nicht. So close, aber. Nicht helfen kann ihm. Ich ulte irgendwo und ihr pusht woanders. Ja, ja, ja. Du musst ruhig helfen, damit er hinten kann. Ich hätte hinterbleiben sollen. Er hat geultet, ne? Fiore hat geultet. Ruhig, du musst aufpassen. Hast du die? Den hinten ist sehr low. Wenn ich sterbe, dann ist Nash sofort weg. Ich werd nicht hinten. Also Nash ist ja schon weg, ne? Ich werd schon nehmen. Alle bei Nash. Oha. Ich move zu dir. Ja. Ja. Du bist safe. Wir sind viele Leute am Nash. Du bist zu schnell. Ja, du musst ihn abgeben. Du musst ihn abgeben. Der hat kein Ult. Vielleicht hat sie's wieder. Vielleicht nächster Innit? Nächster Innit wär geil, glaub ich. Dafür zu Steine auch holen. Ja, ja, sie sind reset. Okay, geh raus. Du? Ich glaub, bei sowas können wir einfach Nash for free nehmen, ne? Also wir hätten auch Nash spülen können. Aber ich glaub, wenn wir das nicht spielen, kriegen wir das Innit. Du sollst einfach nicht rein ulten, by the way. Nein, nein, nein. Also auch einfach reinholten. Ich hab einfach Innit for free genommen. Du musst nicht rein ulten. Wenn du safe top bist, nach dem du ulten bist, dann ist das nicht so gut, denk ich. Du kannst aber ulten und warten. Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich safe top bin, aber das ist sehr schnell. Dann ist doch legit. Ja, wir müssen jetzt den Nash irgendwie überleben, ne? Ne, also wir spielen ja weiterhin für Toplane, ne? Toplane, ne? Ja, ich kann Toplane gehen, ne? Ja, Toplane war sehr low. Gewinnen wir nicht mittlerweile sogar Teamfight gegen die? In der Theorie? Mit Soul? I don't think so. Okay. Wir haben zwei Split Push Champs gebaut. Ich meine, ich bin crazy struck. I doubted. Aber ja, ja, das ist besser. Also ich bin ziemlich wirklich ein Teamfighter. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich will nicht gegen Sardis gehen. Nach wie vor. Aber das weiß er vielleicht nicht. Ich werde ihn vielleicht jetzt ulten, ne? Ich weiß halt nicht immer, ob wir gewinnen, doch. Wir sehen, der Sonderstart kauft da sehr viel Zeit. Wir sehen halt nicht. Aber wir sehen sehr wenig, oder? Wir haben keinen Entwurf auf niemanden. Das ist einfach Nash, wenn wir so es neu können. Wir wissen, dass hier ist die Fiora in dem Busch. Der ist ein Highbreaker-Proc. Mitte war auch jemand. Da war ein Nash. Niemanden kein Prog ist für schon nicht. Also das ist nicht zu wert. Kannst du den noch canceln? Dann kriegen wir das vielleicht. Nee, also... Vielleicht ist es zu wild, guys. Sie haben immer noch Nash-Recoil. Äh, sie haben es zu wild. Actually, bleib noch Top-Land. Bleib 3 Top-Land. Ich bleib Mitte. Ist actually gut, glaub ich. Aber lass dich zeigen, lass dich zeigen, lass dich zeigen. Ja. Kein Flash. Muss ich beten, aber falls die Zoran-Gage können wir hier. Ich bin jetzt theoretisch Top-Land und Bot-Land. Liege Mitte. Aber lass dich zeigen, lass dich zeigen, lass dich zeigen. 2 in Mitte, ihr könnt Top-Land durch, ihr könnt Top-Land durch. Top-Land durch, Top-Land durch. Nein, wir können nicht Top-Land durch. Nein, wir können nicht Top-Land durch. Vorsicht, Vorsicht. Wir stallen einfach. Wir stallen einfach. Wir stallen einfach. Lass rausgehen, lass rausgehen. Wenn die reingehen. Wenn die reingehen, sollten wir schon TP ihn, wenn die dumm reingehen. Ja, aber sie gehen nicht rein. Es ist schon hart zu sehen, was auch dumm ist von denen. Also, wir können viele Plays machen. Lee ist Mitte alleine, ich würde ihn gerne ulten. Ähm, ich bin auch auf dem Weg Mitte. Ich komme, Mitte. Er ist geflasht, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Ja, ich komme. Er hat jetzt noch KICK. Kann ich pro gerade? Achtung. Kann da move nicht gehen. Nicht zu geblieben, nicht zu geblieben. Was ist mit dem Elder jetzt? Wir kommen jetzt in deren Base. Ja. Ja, ich bin tot. Fuck. Lass ihn anfangen, lass ihn anfangen. Ich bin Elder. Ja, ja, Elder. Okay. Bink, bink. Lee kein Flash. Sprich, kannst hier unten bleiben, kannst hier bleiben. Und den Lee sohn. Ja. Der ist immer tot, ne? Oh, schade. Warte. Ähm, vielleicht kannst du es nicht allein machen. Kann ich dir helfen? Untenrum, unten, unten, unten. Ja, ich kann nur. Über jemand. Na gut. Ich hätte... Wir sollten ihn wahrscheinlich nicht beenden. Oder es ist Flip rum. Es ist nach unten gehalten. Aber es ist der beste für den Kriegen, now? Mh, kannst du... Können wir das nicht fighten, Action? Ich sehe im Moment nicht, wie ich reinkomme. Wenn wir den Lee killen können? Okay, lass ihn jetzt. Geh nach unten, Brücke. Ich 50, 50. Geh nach unten, geh nach unten. Oh mein Gott. Ich 50, 50. Ja, 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 ja. Ich cancel, komm Karni, komm, komm, komm. Wir cancel, wir cancel. Okay, okay. Brücke, du musst laufen. Oder? Ich denke, wir haben einen MF-Unultiert, Baby. Ich denke, wir haben einen MF-Unultiert, Baby. Nein, nein. Du was sagst. Sie haben älter, ich bin tot. Können wir den Salas hier noch killen? Der ist gefeiert. Der ist gefeiert, der ist gefeiert. Ich hab keine ulti. Ich 50 hinter dir? Es ist kein guter Fight. Es ist kein guter Fight, Guys. Wir verlieren alle. Ja, einfach überleben. Es ist fein, es ist fein, es ist fein. Es ist fein, es ist fein. Es ist fein, es ist fein. Es ist fein, es ist fein, es ist fein. Einfach überleben. Vielleicht hättest du im Basel spielen können, oder? Nein, nein. Nein, nein. Der hat sich gekillt. Alter, ihr hättet den Chase-Topline sehen müssen. Oh mein Gott, war das geil. Ist uns vorbeigelaufen. Aber ist okay. Wir haben Elder denied, ne? Also, die werden damit nicht pushen können. Die werden die Basel. Geil, also wir kriegen für schon Nash mit den Triple-A-Naps, oder nicht? Es ist komplett fein, by the way. Das ist so ein wildes Game, ne? Das ist so ein wildes Game, ne? Das ist genau, was ich wollte. Let's fucking go get. Ich hab zwei Nexus-Turrets bekommen, guys. Ich hab zwei Nexus-Turrets bekommen. Aber wie machen wir Ende, ist die Frage. Die Frage, ob sie öffnen wollen. Ich glaube, in zwei Minuten machen wir Nash. Und dann haben wir wieder... Also, die müssen die eigentlich abgeben jetzt, ne? Oder verlierst du inzwischen, Tolkien? Ich glaube, ich werde langsam verlieren, ja. Shit. Ich hab auch Moor gekauft, was vielleicht dumm war. Aber ich spiel Range, ich spiel Range. Ich kann dich schon kiten, denke ich. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall... Ich glaube, Late-Game ist nicht bad. Was ist, wenn wir einfach... Also... Bröki und Kani machen Nash. Und wir gehen zu dritt einfach backdorn. Und hoffen, dass wir genug Schaden haben für den Nexus, ohne dass wir... Einfach einen richtig geilen Agro-Ring-Call. Honestly, es wird sie überraschen, ja. Also, ich hab sehr viel... Ich hab richtig viel Schaden, ne? Ich auch. Ich hab Nashos und Blutwood. Ja. Ich hab... Dann lass doch probieren zu backdorn. Wir brauchen... Ich weiß nicht, ob ich den Nash... Also, wir bräuchten halt eine Menge Sweeper, ne? Irgendwie. Weil die haben... Da unten haben wir grad gefeiert. Das heißt, da ist auf jeden Fall Vision irgendwo. Ja. Die sind hier. That's true. Aber wenn die so nach vorne steppen... Können wir easy beenden, Bot-Lane, ne? Ja, ja. Ich hab halt Eurelias und eh... Wir sind zwei. Wir sind zu dritt. Wir sind alle. Wir sind alle. Lass Fiora, Fiora. Lass die canceln. Der Melder-Jack. Ich kann das nicht. Freit und so. Maybe... Freddy? Das war ein Frog mehr und ich bin Deadgeist. Erkannt. Ja, ich weiß. Same für mich. Yumi, keine Ulti. Yumi, keine Ulti. Okay, aber wir... Ich glaub, wir müssen Reset erst mal. Dasselbe jetzt gleich für Nash und dann gewinnen wir hier, ne? Ist jemand von denen geflasht? Ne. Hat jemand einen Sweeper, mein Sweeper hat noch Cooldown für Nash? Oder egal. Ihr solltet wahrscheinlich über Top-Lane gehen, by the way. Geht mal über Top-Lane. Ey, ich glaube nicht, das ist... Ich geh Bot-Lane. Ja, Kani und Sona meine ich. Kani und Sona. Achso, okay, okay. Kani und Sona? Ja, Kani... MF-Sona, MF-Sona. Scheiße, wir sollten eigentlich die Trinkets... Und wir sind gleich Bot-Lane. Okay, wieder? Ja, klar. Freddy, beim nächsten Reset kauf den Yellow-Trinket. Ich muss das gleiche machen, ja. Ich hab halt... Dein Blue-Port läuft grad aus, ne? Ich hab auch eins verlaufen. Ich hab auch eins verlaufen. Happens... Wir brauchen aber Back-Do-Wars, also müssen wir uns gegen... Das heißt, es ist ein Board-Mode. Wenn du den geultet kriegst, bevor der Sonja's drückt, krieg ich den... Maybe, aber... Nee, gegen ich, also weiß ich nicht. Pass mal auf, dass ihr nicht sterbt. Oh, da sind zwei oben. Lie bei uns, Lie bei uns. Ich glaub, das ist der Call, ne? Das ist, glaub ich, der Call, ja. Wollen wir Suicide für Cancel? Mh... Ich muss halt einen Target hier am Nexus haben, damit ich... Wir sehen, Yumi ist auch oben. Damit ich halt... Ob die den machen? Hast du Brücke? Nee, die machen den niemals. Wir wissen nicht, wer hier ist. Wir haben jetzt Trinket drauf, ne? Ich würd sagen, wir gehen jetzt zu checken. Ich würd sagen, wir gehen jetzt zu checken. Ich würd sagen, wir gehen jetzt zu checken. Okay, das sind drei Leute. Raus, 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 raus. Ist nicht gut, ist nicht gut, ist nicht gut. Lass hier oben fighten. Es ist sehr bad, es ist sehr bad, es ist sehr bad. Ja. Ich kann den nicht tanken, leider. Oder? Es ist leider sehr bad, yes. Nene, du machst zu wenig damage, lass mich tanken. Sonst brauchen wir ja ewig. Ich glaub, wir müssen... Also, wir dürfen... Ihr müsst Mitte eigentlich treffen, ne? Ich 5 Spots. Wait, wer hat hier gewordet? Ja, wer ist... Die sind da, die sind da. Ist GG. Nein, ist nicht GG. Warum nicht? Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn! Nein, können wir nicht. Der hat doch keinen cooldown. Ihr müsst die Base... Ihr müsst die Base... Ihr müsst die Base... Und die können ernten. Er wird euch canceln. Er wird euch canceln. Er wird euch canceln. Ihr müsst ihn wahrscheinlich noch mal töten. Ja, ist geil, man. Er wird warten müssen, für sure. Wir dürfen noch nicht eingehen. Ich glaub, unsere ersten beiden Natches sind das Problem für uns selbst nicht da. Ja, mit der Elder. Ich glaub, wir hätten so einen Stranglehold, wir hätten eigentlich einfach alle Objectives kriegen müssen und nicht halt die Elders und Natches und so abgeben. Ist ja süß. Oh, das war ein Banger, ja. Ja. Einmal ein Banger und ein halber. Wollt ihr Reds halt bleiben fürs nächste Game? Oder ein bisschen?